Also jetzt mal ganz spekulativ Angenommen, ich schriebe mal ein Lied In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände Karl Lueger war ein Antisemit Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann Würde zu Martin Sellner ich den Bogen spannen Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur Sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann Du bist so schwer die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne ein Insekt Das ist alles von der Kunstfreiheit geredet Also jetzt mal ganz spekulativ Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz Behauptet, Strache sei ein Reptiluit Und dann genommen der Text, gipfelte ihn ein Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien Und sie zurück in ihre Löcher reinzuprüge Ich fühl noch ein Löcher Statt die Rosen auf dem Weg zu streuen Juristisch werden die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne ein Insekt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Epson gehört Ein Dude, der sich über Zensur sehr laut beschwert In einem Text von meiner Band Dachte er wird erwähnt Und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt Er war natürlich nicht im Recht Und musste dann, ha 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 Die Gerichtskosten und Anwälten bezahlen So ein lächerlicher Mann Offentlich zeigt er mich an Was dann passieren würde Ich kann es euch sagen Juristisch werden die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne ein Insekt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Nein, ich wär nicht wirklich danger, denn Wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment Mal die Grenzen auszulohnen Was erlaubt und was verboten ist Und will euch meine Meinung herziehen Karl Luiga war ein Antisenit Martin Sellner hat Glück, dass ich nicht Bogen schieß An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist Strache wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt Man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat Weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat Weil die Polizei doch selbst der Mord durchsetzt war Nazis war Mal sie Uwe Diallo gefessert und angezündet haben Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst Bis das letzte Mittel, das uns allen bleibt Militär ist Heuristisch wer die Großzone erreicht Doch vor Gericht mache ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von Alles von der, alles von der, alles von Der Konzverhaltet Untertitelung des ZDF, 2020